hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gewinnspiel das wäre das zweite für den november und zwar geht es um das spiel ww2k18 für die ps4 darum geht es dieses mal und noch neue spiel ist draußen deswegen wird das jetzt los und ja was müsst ihr dafür tun ihr müsst erstens abonnent sein zweitens das video liken und drittens einen kommentar abgeben mit hashtag wwe genau so einfach geht's und dafür habt ihr jetzt wieder eine woche zeit von sonntag bis sonntag und das war es eigentlich schon wieder für dieses video geht noch nicht mal eine minute und genau ja dann wünsche ich euch viel spaß und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder bis dahin sage ich bleibt dran bis dann euer steffo tschau tschau